Und jetzt, zurück zu unserer Millionenfrage. Was ist die angemessene Bestrafung für einen Pädophile? Bitte. Ich liebe meine Kinder. Ich liebe meine Frau. Ich bin ein guter Vater. Wie könnte jemanden verurteilen? Ihr seid Mörderin. Ist das deine letzte Antwort? Denn du wirst in etwa 10 Sekunden taub werden. Bitte, Genesis. Ich bin ein guter Vater. Bis gestern, ja. Das ändert nichts an meiner Liebe zu ihm. Hey, liebst du sie wirklich, Evan? Sattel? Und wieso hast du da nicht an sie gedacht, als du in uns drin warst? Ja, wieso, Evan? Die letzte Nacht hatte nichts mit meiner Familie zu tun. Verdammt, richtig. So ist es, Evan. Es hatte nichts mit ihm zu tun. Deine Familie ist ein Opfer. Ein Opfer deines ekligen, dreckigen, perversen Verhaltens. Jake, Lisa. Mein Vater wird dich nicht verdient. Das hier hast du deiner Familie angetan. Perverser. Cochina. Deine Suspette, das ist keine Lösung. Äh, falsche Antwort. Die richtige Antwort lautet Tod. Wir sind gleich nach der Werbung wieder da. Tod. Tod. Ihr wollt mich umbringen? Ihr wollt mich umbringen, verdammte Scheiße? Wieso? Wieso? Wann ich euch gefickt? Ihr habt mich gefickt! Ihr habt mich gefickt! Ihr seid in mein Haus gekommen! Ihr seid zu mir gekommen! Ich hab euch einen Wagen organisiert. Ich hab euch Kleider gegeben. Ihr habt einen verdammten Schaumbach genommen. Ihr wolltet es! Ihr wolltet es! Ihr seid zu mir gekommen! Was hätte ich denn bitte tun sollen? Ihr habt mir den Schwanz gelutscht! Ihr habt mir doch beide den Schwanz gelutscht! Es war eine Gratis-Pizza! Eine verfickte Gratis-Pizza! Ihr standet einfach vor meiner Tür! Was hätte ich denn tun sollen? Wir sind Flutbegleiterinnen! Komm schon! Fick uns! Keiner wird's erfahren! Komm schon! Fick uns! Groß, Feiernummer oder ein Dreier! Es spielt keine Rolle! Seestörme! Ehemänner! Euch ist das scheißegal! Ihr fickt einfach alles! Ihr fickt einfach alles! Ihr habt mich angelogen! Ich hab versucht euch zu helfen! Ich hab euch reingelassen! Ich vermerkst euch! Ich bin ein guter Vater! Und ihr habt einfach mit mir gefickt! Was? Und jetzt wollt ihr mich umbringen? Ihr wollt mich auch umbringen? Wieso? Wieso? Weil ihr mich gefickt habt! Was soll diese verfickte Scheiße? Das ist doch alles andere nur krank! Ich bin auch auf die Sahl! Bei morgen rein was du hier erwopt hast! Wäre ich dir... Dann würde ich meine letzten Schritte nicht mit daem versperren. Mir reicht es nicht! Das ist die einzige Möglichkeit! Vielen Dank.